Aber die Frage des Motivs ist schließlich auch wichtig. Des Motivs? Ja, das Motiv ist verräterischer als eine Leiche. Ach, nichts auf der Welt ist je vollkommen. Nicht einmal Mord. Doch. Voraßgesetzt, er kommt nie heraus. Aber sagen Sie, Reggie, angenommen, Sie müssten unbedingt jemand unauffällig aus der Welt schaffen. Ja? Wie würden Sie es anstellen? Nun, ich würde meinem Opfer einreden, einen Radioapparat ins Badezimmer zu stellen. Ich würde ihm sogar einen schenken. Das klingt aber nicht sehr mörderisch. Elektrischer Schlag. Nichts weiter nötig, als den Strom irgendwie in das Bad zu leiten. Ach, das ist ja reizend. Etwas Besseres wäre mir auch nicht angefangen. Und diese Methode halten Sie für todsicher? Ich wüsste nicht, wie Sie Ihren Zweck verfehlen könnte. Ah, das ist also die Methode, in der Sie Tante Luisa beiseite geschafft haben. Nein, ich habe noch... Was sagen Sie da, Max? Ich habe gesagt, das ist die Art und Weise, wie Sie Tante Luisa beiseite geschafft haben.